Ich brauche eure Hilfe, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Das ist das alte Löwenkissen und das braucht dringend ein Makeover. Ich habe also aus dem kleinen Teddy einen Löwen gezaubert. Körper weg, Mähne dran, Augen ein bisschen anders, Ohren ein bisschen anders. Dann wird das Ganze auseinandergezogen fürs Sticken. Hier sind wir schon in der Stickdatei. Da legt man fest, wie gestickt wird und was appliziert wird. Auch bei den Materialien kann ich mich überhaupt nicht entscheiden. Also sticke ich jetzt zwei Löwen und probiere das mit verschiedenen Materialien aus. Hier ist der eine Löwe, der wird mit so einem beigen Kuschelstoff gebelegt. Der andere mit einem dunkelbraunen Niki-Stoff. Auch das Gesicht wird ein bisschen anders gemacht, einmal in beige und einem so ein dunkelrosa. Hier wird schon gekettelt. Wir benutzen auch unterschiedliche Stickfarben. Dann kommt so eine weiße Blässe drauf, die wird mit Jersey festgenäht. Und wird ganz knapp abgeschnitten. Hier wird die Nase gestickt. Gleich werden die Augen gestickt. Und irgendwie sind sie echt beide süß. Deswegen brauche ich wirklich eure Meinung. Welchen findet ihr besser? Den hellbechen, also den hellen oder den dunklen? Welcher ist schöner? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Und dann bin ich gespannt, was rauskommt. Und dann bin ich gespannt.